Ah, ich hab grad wieder keinen Eidler. Das ist blöd. Das heißt, du eidlst mal rum. Da drüber ist aber auch ganz schön weit weg. Geh, hol dir schnell die Waffe. Oh, da ist wieder jemand gestorben. Warum zur Hölle habt ihr da eine Oper aufgestellt? Ah, Mann. Okay, ich muss meine Armee von da oben abziehen, weil meine Mainbase gerade viel zu gefährdet ist. Ja, und irgendwie hab ich gerade das Problem, dass ich einen Respawn-Lag habe. Ah, es ist einer Respawn-Lag. Noch einer Respawn-Lag. Noch einer Respawn. Jetzt sind alle Respawn. Jetzt will ich's nur noch begrüßen. Wenn hier die Gegner sterben würden. Oh, die Tür ist kaputt. Das ist nicht gut. Und dann nehmen sie mir da oben alles weg. Ah. Na, 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 du solltest nicht sterben. Das ist nicht gut. so ach so es so gibt es mal ab wieder und tust irgendetwas oh ja wir nehmen hier ein das ist gut die tür eine neue nicht schlecht auch wieder gegner ja du sollst nicht kämpfen ihr sollt nicht kämpfen das blöde idee ja so ist noch den da töten ok ich muss mich jetzt wirklich darauf konzentrieren erstmal die punkte zu halten die ich gerade halte und die burg fertig zu bauen da ich kein eisen mehr habe ich mal neues einschmelzen schwefel habe ich dafür noch genügend das kann abgerissen werden weil der schwefel da ist alle da kommt auch der arbeiter frei eben noch schwefel hier oben das heißt da kann schwefel abgebaut werden solcher reparatur mir repariert der jetzt mit irgendwo hin mit eisen weg rennt den block da muss ich ersetzen habe ich dir nicht noch eine opere in auftrag gegeben dann tue ich das jetzt mal da müssen sie halt schwefel von hier hinten holen naja sowas wie teleport gibt es leider nicht ich bin froh dass die korrupt fans im augenblick ruhe geben wenigstens wir wollen nichts sagen dürfen ich habe sie gerade wieder aus der erde buddeln gehört wurden willst du eigentlich hin wo haben wir bauaufträge hier wo haben wir bauaufträge hier wo haben wir bauaufträge hier tja das passiert wenn ein anderes befehl in die hose geht ach ich brauche ja auch noch zahnräder dafür brauche ich wieder mehr eisen ja also ist grad nicht das problem eher der schwefel der muss nämlich von hier hinten gebracht werden so ich mache mal einen neuen bauauftrag boah auch wenn das echt schwer zu sehen ist durch den hengen kristall hier 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 Wobei, das brauchen wir nicht mal. Das ist der Bauauftrag hier. Nö. Das ist der Bauauftrag hier. Interessant. Der Bauauftrag hier. Existiert einfach nicht. Okay. Da kommt auch schon der Oberer, der da platziert werden soll. Ah, warum wird das nicht repariert werden? Genauso wie ich, wie das hier. Dadurch, dass ich drei Leute habe, die ständig im Steinbruch arbeiten, wenn es etwas langsamer von sich geht. Aber auch hier jemanden, der mal wieder Schwefel produziert. Das ist gut. So, und wir haben wieder einen Stein eingenommen. Ja, wir drängen die Co-Optons langsam zurück. Stück für Stück. So, mehr Stoff. Das heißt, ich brauche auch bald mal mehr Gras wieder. Und ja, ich muss halt mit neuen Arbeitern auskommen, weil ich halt immer wie immer einen Trupp hier habe, außer Daten, außer Daten... Untertitelung des ZDF, 2020